Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ihr schon ganz, ganz lange gewartet habe und auf das ich schon sehr, sehr lange hinfiebere. Endlich ist es soweit und ich kann euch zeigen, woran ich und jemand ganz Besonderes seit Ewigkeiten mittlerweile schon arbeiten. Ihr seht es im Titel, ihr habt es auf dem Thumbnail mitbekommen. Ihr habt es bestimmt auch schon auf Instagram gesehen. Ich habe mich mit einem meiner größten Idole aus dem Make-Up-Bereich zusammengetan, um für euch das perfekte Pinsel-Set zu produzieren, herzustellen und anbieten zu können. Ihr habt es gesehen, Letizia Lehmach, eine der bekanntesten, der schönsten, der nettesten, der freundlichsten und talentiertesten vor allen Dingen Make-Up-Artists aus Deutschland, aus Europa. Hat sich mit mir zusammengetan, um euch ein fünfteiliges Pinsel-Set plus Pinsel-Tasche zu produzieren. Und ich würde vorschlagen, wir verlängern gar nicht viel Zeit und wir starten direkt mit dem Video. Freunde, guess what? Ich bin sehr, sehr nervös gewesen, denn ihr wisst, Letizia und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben uns vor zwei, drei Jahren auf der Glow, glaube ich, das erste Mal persönlich richtig gesehen. Und sie hat mich dort für eine Masterclass geschminkt. Und ich habe sie da sofort ins Herz geschlossen, weil sie eine sehr liebe Person ist und ich gerne mit ihr zusammenarbeite. Und dann hatte sie mich in der Kampagne für ihre eigene Kollektion mit Love Cosmetics ausgesucht, dass ich ein kleines Model spielen durfte. Und wir haben darüber geredet und ich habe ihr erzählt, wo ich mit meiner eigenen Brand hin möchte, was ich will und wo die Probleme bei mir liegen. Und wir kamen eigentlich beide gleichzeitig auf die Idee und haben gesagt, hey, lass uns doch einfach zusammen was machen. Denn ihr wisst, ich benutze eigentlich ausschließlich nur noch die Pinsel von Letizia Lehmach. Sie sind die besten Pinsel, die ich kenne und sie sind vor allen Dingen am qualitativ hochwertigsten. Und mir ist es wichtig, für meine Marke Produkte rauszubringen, die diesen Extra-Kick haben, die den Make-Up-Prozess wesentlich einfacher machen können und euch so ein bisschen im Vergleich zu vielen anderen Marken Qualität geben möchte. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns für dieses ganz, ganz tolle Projekt zusammengetan haben und ein wirklich perfektes Pinselset zusammen kreieren konnten und es auch getan haben. Und für alle, die nicht warten können, das Pinselset ist jetzt verfügbar auf meiner Webseite GiacomoCosmetics.com. Ihr findet den Link direkt unten in der Infobox. Die einen oder anderen haben es bestimmt auch schon gesehen oder wahrscheinlich schon in den Warenkorb gepackt. Wie ist es dazu gekommen? Wir saßen zusammen und haben darüber gesprochen und ich habe ihr gesagt, hey, ich würde gerne ein Pinselset rausbringen, was anders ist als die anderen. Denn die Pinsel, die wir sonst meistens kennen, sind qualitativ. Sie werden in Massen produziert und ich habe euch damals versprochen, als ich meinen ersten Launch hatte mit den Lashes von Giacomo Cosmetics, dass ich darauf Wert legen möchte in Zukunft, dass ich Qualität immer weiter verbessern möchte und vor allen Dingen so regional wie möglich arbeiten muss. Und ich freue mich unendlich darüber, dass jeder einzelne Pinsel per Hand produziert wurde, per Hand zusammengefügt wurde und von Letizia Lemak persönlich jeder einzelne Pinsel angeschaut wurde und eine Qualitätskontrolle stattgefunden hat. Und erst dann sind die Pinsel zu mir gekommen, denn ihr habt gemerkt, ich benutze die Pinsel schon sehr, 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 sehr lange. Seit Oktober, November ungefähr letzten Jahres. Und es hat seitdem gedauert, um diese hunderte Pinsel-Sets händisch zu produzieren und händisch zu kontrollieren. Und die Familie sitzt hier in Bayern, das ist ein Familienbetrieb, der seit 200 Jahren, literally 200 Jahre, darauf spezialisiert ist, Pinsel zu produzieren. Und ich glaube, es gibt keine bessere Qualität, die man haben kann für Pinsel, als wenn jemand, der so viele hundert Jahre schon Erfahrungen gemacht hat mit, wie produziere ich Pinsel perfekt, wie kann ich die Expertise in ein Produkt bringen. Und das zu einem Preis von unter 10 Euro pro Pinsel. I don't know how, I don't know why, but actually unter 10 Euro pro Pinsel. Und das Ganze handgemacht. Das ist mir persönlich wichtig, dass ich das von vornherein sage, denn das hebt, glaube ich, dieses Pinsel-Set auch nochmal ganz besonders hervor. Und dann haben wir natürlich eine ganz neue Faser für die Pinselhaare benutzt. Die Pinselhaare sind ähnlich, wie die Pinselhaare, die Letizia für ihre Tech-Series benutzt, allerdings noch ein bisschen anders. Also es sind nicht dieselben Pinsel. Wir haben andere Formen, wir haben eine andere Faser, die noch spezieller darauf ausgelegt wurde, auf das, was ich gerne wollte. Ich wollte, dass ihr auch mit günstigen Lidschatten beispielsweise das meiste rausholen könnt. Das ist auch so ein bisschen die Art von Content, die ich ja auch hier mache. Ich probiere euch zu zeigen, dass man mit Drogerie-Make-up, auch wenn sie manchmal nicht so toppigmentiert ist wie vielleicht eine Natasha Denona-Palette, trotzdem schöne Looks machen kann. Und wenn du nicht die richtigen Tools dafür hast, ist es recht schwierig. Und deswegen haben wir eine ganz besondere vegane Faser, die aber von der Möglichkeit, was es kann, ähnlich wie ein echter Pinsel ist. Und ihr werdet sehen, wenn ihr habt, Creme-Produkte lassen sich wundervoll auftragen. Ihr könnt Puder-Texturen auftragen, ihr könnt Liquid-Produkte damit auftragen, Liner, alles. Und ich würde vorschlagen, ich zeige euch alle Pinsel. Wir starten mit einem meiner, ich glaube, das ist mein liebster Pinsel aus dem ganzen Set, dem Laetitia X Maxim Nummer 1. Das ist ein Pinsel, mit dem ihr eure Foundation auftragen könnt. Ihr könnt damit streifenfrei Foundation in euer Gesicht bringen. Ihr könnt damit Concealer ausblenden und ihr könnt damit, das habt ihr in den letzten Monaten vor allen Dingen bei mir gesehen, die Kontur damit auftragen. Der Pinsel ist von der Seite recht flach. Ich zeige es euch mal hier. Oben geht es dann aber wie in so einem kleinen Dreieck nach oben. Das heißt, ihr habt viel Fläche, sehr weiche Fläche, sehr, 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 sehr viele Haare hier drin, um das Produkt, vor allem die Creme- und Pudertexturen gut aufzunehmen und in euer Gesicht zu bringen. Sehr weich, sehr reinigungsfreundlich. Das ist das Problem bei Echthandpinseln, auf das man sie recht schwierig reinigen kann. Guess what? No problem mit dieser Faser. Ihr habt es gesehen, Foundation, Concealer, Creme-Produkte. Ein Pinsel, mit dem ihr im Prinzip eure komplette Base machen könnt. Es macht einfach Spaß, ihn zu benutzen, die habt ihr in den letzten Monaten schon ganz, ganz oft gesehen. Bei den Essential Eye Pinseln habe ich so ein bisschen darauf geachtet, euch nicht ganz so viel zu zeigen, weil wir wirklich ganz besondere Formen für diese Pinsel produziert haben. Mir war es wichtig, dass ihr sehr detailgetreu arbeiten könnt, aber auch wenn ihr vielleicht noch nicht 20 Jahre Make-Up-Erfahrung habt, die Tools an die Hand bekommt, dass ihr schöne und sauber gearbeitete Looks haben könnt. Wir haben als allererstes den Nummer 2 Brush. Das ist ein schöner Blendepinsel, mit dem ihr Creme-Lidschatten, aber natürlich auch Puder-Lidschatten perfekt auftragen könnt. Der sieht recht klein aus, aber wenn ihr ihn habt, ihr habt so unglaublich viele Haare hier drin, mit denen ihr das Produkt gut aufnehmen könnt. Und durch diese spezielle Faser wird das Pigment aus dem Lidschatten-Fändchen aufgenommen und auf euer Auge gestempelt. Das ist was ganz Besonderes, ihr werdet es merken. Vor allen Dingen an einem Projekt, an dem ich schon seit einer Weile arbeite, das war mein Maßstab dafür. Eine Textur, die anders ist als das, was man kennt und selbst damit funktioniert das gut. Ihr könnt damit Lidschatten auftragen, ihr könnt damit Lidschatten ausblenden. Der ist so gemacht, dass er genau so eine Mischung zwischen Packing Brush, also wo ihr das Pigment auf euer Auge bringt, und Blending Brush, mit dem ihr den Lidschatten ausblendet. Perfekte Form, perfekte Größe für alle Augenformen. Die Nummer 3 ist ein klassischer Packing Brush. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, ich trage damit auch Lippenstifte auf. Vor allen Dingen, wenn ich meine Mutter, meine Tante, meine Cousine, meine Schwester schminke. Mit so einem kleinen Pinsel könnt ihr sehr detailgetreu Lidschatten aufbringen. Ihr könnt damit das meiste Pigment rausholen. Er ist auch von der Seite recht flach. Er geht oben aber nochmal so ein Stückchen weiter rund. Und damit könnt ihr perfekt das Pigment auftragen, aber auch ausblenden. Es sind nur 5 Pinsel in diesem ersten Set, aber ihr könnt damit alles machen. Ihr braucht neben diesem Set für euren Look nichts anderes. Vielleicht ein Puderpinsel. Ein perfekter Pinsel, um Lidschatten aufzustempeln, um cremige Texturen auszublenden, um Liquid Eyeshadows damit an der Kante so ein bisschen auszuarbeiten. Ich habe auch diese Pinsel schon getestet, als ich an Produkten gearbeitet habe, die ihr schon gesehen habt. Und Rival Loves Me und Maxim, der Pinsel war Maßschlag dafür, ob das Ganze damit funktioniert. Weiter geht es mit dem Nummer 4. Und das ist der perfekte Pinsel für Cut Creases, für eure Augenbrauen, für Lip Liner, für Eyeliner. Er ist sehr, 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 sehr flach. Und ihr seht, er hat auch eine leicht andere Färbung, damit ihr auch gut mit Creme Produkten arbeiten könnt. Die helleren Haare oben sorgen dafür, dass ihr perfekt in euer Auge kommt und den Liner hier hochziehen könnt. Ihr könnt damit, ihr habt es gesehen eben in der Einblendung, eure Augenbrauen machen, weil er so pointiert ist. Und wenn ihr ihn flach drückt und nass macht, habt ihr wirklich den perfekten Pinsel, um vielleicht mit einer Augenbrauenpomade euch diese Härchen, diesen super trendigen Bushy Brow Look nachzuzeichnen. Ihr könnt damit eure Augenbrauen ausschneiden. Ihr könnt damit eure Cut Crease machen. Und zwar so, dass das Produkt nicht überall verteilt ist, weil er so präzise ist. Und ihr kennt mich, ich bin recht faul, was Lidschatten ausblenden angeht. Ich bin nicht Niki Tutorials, aber ich weiß, wenn ich die richtigen Tools habe, ich mache es mir gerne einfach. Und das macht dieses Set tatsächlich sehr, sehr gut. Cut Crease ausschneiden, Produkt drauf, zack, fertig, ein bisschen platt drücken. Das könntet ihr tatsächlich auch noch mit der 3 machen. Lidschatten drauf, ein schimmernden, ihr seid fertig. Und dann kommen wir zu einem Pinsel, der mir persönlich ganz besonders am Herzen lag. Und das ist der Nummer 5. Wir haben lange, lange, lange überlegt, was könnte der fünfte Pinsel sein. Nehmen wir noch einen zweiten Blendepinsel oder nehmen wir noch einen Packing Brush. Oder wir haben sehr, sehr lange überlegt und dann fiel mir ein, hey, es gibt auf dem Markt so gut wie keine Lidschattenpinsel, die so präzise sind. Ihr könnt damit, ihr habt es gesehen, hier vorne eure Cut Crease nochmal perfekt ausblenden. Ihr könnt hier unten euren Lidschatten ausblenden, ohne dass ihr zu weit nach außen arbeitet. Die meisten Lidschattenpinsel, die klein sind, mit denen wir das vielleicht sonst machen, Ihr seht den Unterschied. Die sind sehr, 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 sehr fest gepresst und sehr, sehr fest gebunden und sind rund oben und vor allen Dingen recht flach. Hier habt ihr verschiedene Höhen, die pointiert in der Mitte zusammenlaufen, mit denen ihr das Pigment auftragen könnt und dann weich, weich ausblenden könnt. Das ist der kleinste Blendingpinsel, den ich kenne. Dazu haben wir die perfekte Pinseltasche aus veganem Leder. Man nennt es auch Alcantara. Und wenn ihr in der Autowelt ein bisschen unterwegs seid, jedes Luxusauto, was ihr kennt, Alcantara Ledersitzer. Trust and Believe. Das ist, es fühlt sich an wie so ein Velour-Leder, aber ganz, 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 ganz weich. Es ist sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Es ist sehr, sehr fein. Von innen habt ihr eine zarte Mikrofaser, die eure Pinselform zerkratzen schützt. Ihr könnt da euren Schmuck reinlegen. Ich habe tatsächlich die Tasche vor allen Dingen um Schmuck, um Ketten, um Ringe, wenn ich unterwegs bin, einfach rein, zu, in die Handtasche. Es ist nicht zu groß. Es nimmt nicht so viel Platz weg. Die Pinsel passen perfekt rein. Und selbst Pinsel, die es noch nicht gibt, passen hier noch mit rein. Ansonsten gibt es das Ganze. Mir war es wichtig, dass ihr einfach diese Experience bekommt. Und auch wenn ihr das Set bestellt und ihr das Paket erhaltet, ihr habt oder ihr werdet diese Experience haben. Wenn ihr schon mal Pinsel von Letizia gekauft habt, dann werdet ihr wissen, es ist alles mit super, super viel Liebe verpackt. Die Pinsel sind eingeschlagen in den besten Seidenpapier. Und dann gibt es noch die Karten und Unterschriften. Und bei mir habt ihr natürlich einmal den Gutscheincode für eine nächste Bestellung mit drin. Ihr habt eine handsignierte Karte von mir drin. Ihr habt das Set perfekt eingeschlagen in diesem Seidenpapier. Und dann als klimaneutralen Versand zu euch geschickt. Mir ist es persönlich wichtig, dass ich euch sage, dass ich immer probiere, den günstigsten Preis möglich zu machen. Und dieses Set müsste von dem Arbeitsaufwand, von der Qualität 70, 80 Euro kosten. Handgemacht in Deutschland, händisch kontrolliert, handverpackt und verlesen die Haare. Und dann von mir und meiner Mama am Wochenende verschickt. Deswegen, ihr kennt das, wenn ein Giacomo Cosmetics Launch ansteht, dauert es vielleicht nicht so Amazon Prime Länge, sondern vielleicht zwei, drei Tage länger. Dafür würde jedes Paket von mir persönlich gemeinsam mit meiner Mama und der Nähe gepackt. Und ich bin unendlich stolz darauf, dass wir es endlich geschafft haben, dieses Pinselset zu realisieren. Es ist sehr, 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 sehr teuer, sowas zu planen, zu organisieren, zu produzieren und zu testen. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben. Das Pinselset ist ab sofort verfügbar. Auf Giacomo Cosmetics findet ihr auch noch weitere Sets. Ich habe ein Essential Set gemacht mit dem Pinsel und der Mischplatte. Es gibt ein neues Set. Der Gua Sha Stein hat ein neues Packaging bekommen. Microfiber Multitool hat ein neues Packaging bekommen. Alles passend zu diesen Tools, dass ihr diese Giacomo Cosmetics Experience habt. Das ist mir wichtig, dass wir als Firma gemeinsam mit euch dieses entwickeln. Und ich habe auch eine kleine Gruppe auf Instagram mit Leuten aus der Community, die aktiv an der Entwicklung von neuen Produkten, von neuen Farben, von den Pinseln auch teilnehmen können. Um einfach so ein bisschen... Ich möchte das produzieren, was ihr braucht und was ihr wollt. Und das schaffe ich nur, wenn ich mit euch in den Austausch gehe. Und deswegen haben wir das gemacht für die Pinsel, für kommende Projekte. Und ich danke Letizia und ihrem Mann, dass sie diese Arbeit auf sich genommen haben, mit mir gemeinsam und das umgesetzt haben. Der Link ist unten in der Infobox, Freunde. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für eure Liebe. Und ich bin super gespannt auf euer Feedback. Tschüss!